Willkommen zurück zu SimCity. So, Timer. Okay, wir betreten Industrial Town. Was ist denn das? Hä? Kenn ich nicht. Das ist was ganz Neues für mich. Das ist voll die fremde Stadt, ey. Nee, natürlich nicht. Und wir gehen rein. Wunderschön ist das hier. Eigentlich gefällt mir die Stadt vom Aufbau her. Dann kommen noch die ganzen Bergwerke. Da gab es doch auch irgendwelche Metallzentralen und so Gedöns. Das musste man bauen. Ah. Da konnte man den Schmelzofen und daraus konnte man dann Legierungen machen und so Gedöns. Kohlebergwerk verbessert. Das brauchen wir hier nicht. Brauchen wir nicht. Will ich nicht. Gibt es auch eine Rohölzentrale? Natürlich gibt es das. Ähm. Hm. Haben wir genug Geld? Wie viel kosten die? Oh. Ich würde sagen, nicht billig. Öl-Raffinerie. Erstmal rumsitzen. Ähm. Was bringen die? Alte. 2004 Barrel. Boah. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Hm. Eigentlich hier so mitten ins Geschehen rein. Bam. Handelsdepot brauchten wir dann auch noch, oder? Obwohl... noch nicht unbedingt. Den Fernhafen bauen wir dann noch. Omega machen wir auch noch. Großprojekt wahrscheinlich nicht. Aber ich lasse das trotzdem immer offen. Das lasse ich eigentlich immer offen. Keine Ahnung wieso. Wir machen auf jeden Fall Plus. Ist gut. Ähm. Vielleicht bauen wir ja wieder so einen Umschlagplatz. Hier wird es gehen, oder wie? Okay. Ich habe immer das Gefühl, dass es ja ganz gut sein würde. Ähm. Vielleicht nehmen wir einfach nochmal Kredite. Ganz, ganz viele jetzt. Umschlagplatz. Oder soll... Weißt du was? Ich baue jetzt erst noch das Bergwerk. Äh, Erzbergwerk. Oder so ähnlich. Hierhin. Theoretisch könnten wir noch das Zweite hier gleich platzieren. Ähm. Aber ich lasse es noch. Da ich mir mit den Kosten noch nicht bewusst bin. Ähm. Kein Forschungsprojekt. Ist mir eigentlich gerade egal. Muss ich dazu sagen. Gibt es irgendwelche Nachfragen? Eigentlich passt alles vom Gleichgewicht her. Ich kann hier trotzdem so Wohngebiete ausweisen. Die leben halt an schlechten Verhältnissen. Muss man ja sagen. Ähm. Aber sie können leben da. Also sollte es sie eigentlich ja nicht stören. Huch. Jetzt habe ich was anderes weggetan. Wenn ich eigentlich das andere wegtun wollte. Aber dann habe ich was anderes weggetan. Ja. Das, äh. Ja. Hust. Ähm. Hä? Obwohl kann ich machen. Wird dir ein, zwei nerven. Aber joa. So. Hast du schon offen? Die hat noch nicht offen. Vielleicht passt dir was noch nicht. hm. Hm. Es kommen trotzdem Häuser einfach mal. Habe ich ja auch nichts gegen. Mich wundert es nur. Kann man was erforschen? Academy Upgrade. Puh. Meinetwegen. Brauche ich zwar nicht. Aber meinetwegen. Dann haben sie was zu erforschen. Ich weiß zwar gar nicht, ob das irgendwie was wegnimmt. Oder ob die dann besser wird, wenn man die immer upgraden kann. Aber wer weiß. Wer weiß. Oh. Wir haben. Oh. Oh oh. Wir sollten schnell sowas hinzufügen. Huch. Jetzt habe ich es weggelegt. Schlauheit. Hm. Knüpfen wir mit der Straße an. Dann hängen wir noch so ein Teil dran. Dann ist es auch schon mal besser. Ach, ich habe zu wenig Geld. Natürlich. Wie viel kostet das? Ziemlich viel. Haben wir noch Stromprobleme? Noch ein wenig. Ähm, Akademie-Gedöns haben wir auch nicht so viel. Ah, die arbeiten jetzt. Die arbeiten jetzt, okay. Und, äh, Öl? Äh, äh, ah, jetzt meine ich natürlich, arbeitet auch. Ja, lokale Lieferungen, natürlich. Hm. Ah, okay. Ich füge hier einfach mal einen Teil hinzu. Die brauchen ja jetzt noch nicht so mega hart zu arbeiten. Aber schon ein bisschen. Zu wenig Geld, ne? Ja. Mhm. Das war irgendwie klar. Würde ich sagen. Erz. Was steht denn da genauer drum? Ja. Erz. Bergbau. Erz. Co. Bergbaubetrieb. So würde ich meine Firma auch nennen. Erz.co. Mhm. Und du hier, ähm, fügen wir auch noch ein Schild hinzu. Sieht einfach viel schöner aus mit dem Schild. Das ist einfach so toll. Allgemeine Ölfirma. Ah, ja. Wir sagen, läuft bei euch. Ähm, ansonsten. Haben wir noch einen Kredit übrig? Ja, uh. Nehmen wir. So, Omega. Arbeitest du? Wir brauchen Erz. Aber ihr arbeitet. Das ist cool. So, was machen wir jetzt mit dem ganzen Gedöns, was wir jetzt alles haben? Umschlagplatz oder... Ich meine, Omega, natürlich. Aber was machen die dann mit dem Omega? Und wie kann man dann Gewinne herausholen? Nein, das verstehe ich noch nicht. Das macht einfach irgendwie gern Gewinn oder wie? So wie es aussieht, ja. Aber die Frage ist, macht Omega mehr Gewinn, als wenn ich jetzt das ganze Öl und so exportieren würde? Oder nicht? Ich meine, die bekommen ja lokale Lieferungen, aber brauchen die da jetzt extra ein Handelsdepot oder so Gedöns? Das frage ich mich gerade. Das ist die einzige Frage, die ich mich gerade frage. Ob die da irgendwie noch ein Handelsdepot, Gedöns, was auch immer brauchen. Oder nicht? Wie viel kostet der? Ach, ich leiste mir mal einen schon mal, ne? Wenn die sagen, sie brauchen Erz, ich weiß ja nicht woher. Wir brauchen Erz, aber sie bekommen nichts geliefert. Brauchen sie jetzt einen Umschlagplatz oder... Hä? Oder Handelsdepot? Sag mir das doch wer. Bitte. Handel, Umschlagplatz. Dann bauen wir ihn halt einfach, oder? Scheiß drauf. Imgebauten Ende. Hm, Schienenverbindung haben wir hier nicht. Frachtschiff, boah, leck ist das geil. Aber, wie viel? 100.000, oha. Ich glaube, ich würde sagen, ist ein bisschen viel. Güterbahnhof. Ja, ist alles ganz schön. Und gut. Ach, wir haben hier sogar einen Bahnhof. Ah. Oha, jetzt geht's... Ah, jetzt... Doch, die kommen doch rein. Feuer, wir müssen schließen. Nein. Schlecht bei denen. Läuft nicht so gut bei denen, aber bei mir. So, ähm, egal. Ich wollte einen Bahnhof. Also einen Personenverkehrbahnhof. Züge. Bahnhof. Kann ich den hier irgendwo ran? Bitte. Lass mich nicht im Stich. Ähm. Ich glaube, ich mach die Bahnverbindung hier noch äh, ein bisschen anders. Kann ich hier nicht so, so rüber so fahren. So in der Art, ja. Hätte ich gerne. Das ist irgendwie voll schön. So in der Art soll die dann rumfahren. Man muss halt dann jetzt noch in den Güterbahnhof ran. Was willst denn du? Mach ich? Was ist das? Ja, das mach ich natürlich. Mach ich natürlich. Keine Sorge. Kommt noch. Kommt noch. Alles in Planung. So, äh, haben wir schon Omega-Gewinne? Oder? Ah, 1000. Okay. Ich würde sagen, es beginnt jetzt langsam mit dem Omega. Hoffe ich. Okay. Jetzt haben sie Ölprobleme. Die haben überhaupt ziemlich Probleme an den ganzen Gedönsen. Aber wir kümmern uns darum. Erst nächste Folge. Ciao.